Oh, das ist Morgen, meine Kinder. Wir behalten uns auf den Aufruf vor und jetzt werde ich ziemlich kämpflich vor. Okay, gut. Ich habe es auch nicht ganz verschwunden. Warte mal, wo machte man das denn? Warte, hier Planeten. Als nächstes kommt Kalidor. Ja, auf dem wir nichts finden, was uns weiterhilft. Tja. Bei den Mini-Rover-Einpacken. Oh, dass die Sonne noch höher ist. Sehr hoch? Ja. Hä, was ist die hier? Sehr hoch. Ich glaube, es hat schon mal als Generatoren gelohnt. Hier hat sich auch alles besser gelohnt. Außerwiegend. Wohl sogar die haben sich irgendwie viel mehr gelohnt. Danach auf Vesania. Ja, vor allem grafisch. Da gibt es Lithium. Danach gibt es Nobus. Da gibt es Hämatid. Also Heisen. Da müsst ihr es wirklich so durchziehen. Dann... Oh, Klasius, der Vorletzte. Ich weiß. Pech gehabt. Du wolltest es so, dann machen wir es so. Das wollte ich gar nicht so. Das wollte ich so. Ja, klar. Ich wollte es auf einmal so. Pech schon mal an Raketen zu bauen. Was für Raketen? Wir brauchen keine Feststoffdüsen. Ach so, ja stimmt. Warte mal, aber wir brauchen trotzdem zwei Landungsdinger. Damit es auch schön stylisch beendet wird. Und damit wir... Stylisch. Stylisch. Mit K. Stylisch. 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 Ich würde sogar noch mal auf den nächsten Planeten Wolfram. Stimmt. Vorbereitung und Abflug kann die Folgen dann heißen. Malachie und Wolfram... Äh, Pallor, die... Cardidor. Weil wir wollen jetzt Zink mitnehmen. Äh, jo. Aber na warte, oder ja, bis jetzt selber als würde ich die Batterien mitnehmen, meine Fahne. Ja, ja. Aber wir brauchen mehr Batterien. Wir lassen ja ein paar hier nicht sein. Ja, okay, ich nehme jetzt den kleinen Boogie und hole jetzt einfach ganz Zink. Ich würde sagen, wir lassen mindestens eine Tablette irgendwie hier. Wir lassen einfach alle hier. Warum kann ich mit dem Ding nicht fahren? Welche? Wir gehen hier. Doch, klar. Ach so, weil dein Boden ist. Ach so, äh, ganz gut. Äh, hol auch Zink, ne? Nein, nein, ich mach die Plattform. Okay. Haben wir jetzt schon ein Chemielabor? Ja, ja. Äh, guck mal nach, was, äh, Diamant kostet. Zu viel. Nein, 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 guck mal nach. Ich glaube, der hat Argon gekostet. Ich kann mich erinnern, ach so, auch Ding ist, ah, aber an sich aus, glaube ich, nur zwei Armonium. Hey, for real? Ja. Guck mal nach. Trotzdem. Ne, zwei Grafit. Soll das nicht Kohlenstoff kosten? Ne, Grafit irgendwas noch so. Ja, sollte. Guck mal nach, glaube ich. Guck mal nach, aber. Sekundas. Alles. Ich bin auf dem Weg zum Chamie-Labor. Chamie. Chamie. Wir haben das neue Auto übrigens mittlerweile, was uns nichts bringt. Das ist auch eine coole Erfahrung. Mittlerweile, er ist so, er guckt so alle Folgen außer die eine vorher, guckt er nicht. Seit, seit letzter Folge, ja, wir müssen das ja auch, ähm. Mein Bruder hat letztens wieder eine Serie geguckt und einfach wieder die Hälfte geskippt, ja. So eine Hure, so. Hey. Das stimmt. Äh, Diamant kann man ohne machen. Was? Ah, doch muss man mit. Was denn? Was denn? Diamant macht man aus, ähm, aus, äh, aus zwei Grafen. Ah. Oder aus Grafit. Ne, aus zwei Grafen. Weißt du, was Grafen sind? Grafen sind aus Ammonium, soll ich mich erinnern. Nein, nein, nein. Grafen sind aus einem Grafit und Hydrazin und Hydrazin aus dem Wasserstoff. Ja, Hydrazin ist, aber Hydrazin ist Ammonium. Ja. Zwei Schiffen. Also zwei Ammonium, also vier Ammonium und ein Grafit und Wasserstoff. Wasserstoff gibt's überall, glaube ich. Nein. Nicht auf der ersten Welt. Auf der ersten Welt gibt's nichts. Äh, doch. Doch, auch. Doch, oh. Ah, hier drauf gibt es nichts. Äh, Wasserstoff. Es gibt überall Wasserstoff, außer auf Glasio. Und hier. Hm, das war ich schon gerade. Ah, und, und. Arthrox. Überall außer Glasio. Hier. Zink. Hm? Zink brauchst du. Nein, nein, ich, ich mach noch die Landeplattform. Doch, du brauchst Zink. Da, ich hab wieder diesen Bugleisch nicht los, man kann noch einmal. Ah, ich muss einmal aussteigen, halt, ja. Oh, mal noch einmal. Oh, da baue ich mal die Landeplattform. Dann sag ich halt einfach wieder alle Batterien. Äh, was? Äh, ja. Du könntest auch mit dem großen Rover losfahren können, ne? Nein, weil das einfach so nötig ist. Wieso? Da ist ne ganze Dings dran. Ja, aber viel unbeweglicher. Ja, aber du kannst ein ganzes Link tragen. So viel Zink brauchen wir, so viel Zink können wir gar nicht tragen, wenn dann. Hä, doch, wir werden 16 Batterien mitnehmen und wir, willst ja jetzt. Ach, ach so, wir nehmen ja die, ah, wir nehmen es ja in den Rocket mit. Ja. Hab ich gar nicht mehr da. Ich glaub doch. Wir müssen auch Solatmodule mitnehmen, ne? Unbedingt. Äh, ja, ja. Wir haben keinen Strom mehr für, ach. Denk mir einen Sack. Oder, aber die können wir da bauen. Da gibt es wieder, äh, Kupfer. Äh, ach so, stimmt. Dann lass die nicht dort, äh, dann lass die nicht mitnehmen. Dann mehr, mehr, mehr andere Sachen. Äh, dann geh ich jetzt wieder mit dem Buggy hier dorthin. Hm, ich baue weiter hier auf Fläche. Ja, auch wenn ich jetzt mit dem, äh, großen Rover hin sollte. Ne, er ist nur eine Plattform, das lohnt sich in meinen Augen nicht. Oh, scheiße, bin ich dumm. Könnte ich auch zu ändern und so, aber. Hä, du kannst doch einmal direkt das Plattform machen. Vielleicht hab ich keinen Bock drauf. Ich geh jetzt einfach einmal hin. Lass einfach mein Buggy dort als Luftding. Weil das so eine riesige Zinkwelle ist. Die kann ich, glaub ich, fünfmal abbauen. Mein komplette Inventar. Spaß. Ich glaub hier nach was ist. Aber da hinten ist sogar nochmal eine. Also wir hätten gar keine Batterien hier mitnehmen müssen, ne? Hm, ja, ja. Also ein paar vielleicht. Vielleicht ein paar am Anfang so viel Strom. Äh, ist auf dem nächsten Planeten Lithium? Für, äh. Er ist auf dem nächsten. Alter, er bringt uns sein Nächster einfach gar nichts. Doch. Spaß und Fortschritt. Der Nächster, äh, ich wollte einfach mal alle kommen. Oh, der, der übernichts, äh, bringt dann Titanit. Da können wir richtig los. Ja, Hermatik, äh, ja, Hermatik brauchen wir aber auch oder nicht. Was, was, Hermatik? Eisen. Ah, fuck. Okay, da können wir nicht auch beim ersten Hermatik, äh, das können wir anfangen. Äh, Kalidor, Visanya, hier gibt auch Lithium, ne? Was? Auf Visanya gibt's also auch dort, wo Titanit alle Zwecke, aber keine Hermatik, er gibt's von Lithium. Jaja, ich weiß. Also, du hast schon gesagt, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, Titanit. Dann können wir noch nicht krass anfangen. Wir müssen uns halt nach der Einfolge machen, als 6. Wenn wir nicht, dann haben sich die Zuschauer so gewünscht. So, ich weiß, du wolltest es unbedingt machen, auch wenn die Zuschauer gelangweiligt, gelangweilt sind, deswegen. Das war deine Entscheidung, das ist halt. Naja, okay, da musst du mitlegen, halt. Kann sich das Ding auch mal erweitern? Achso. Achso. Uh, dann ist die richtig fette Zinkwelle. Das ist scheiße, nochmal Geld nicht. Wir brauchen 16 Batterien, nicht 70. Ähm, ich kann mittlerweile, äh, Quest abholen. Nein, wir sind so voll Idioten. Was? Wir sind zwei Exokisten. Äh, Absorbents und was sind wir nicht? Wir haben vor allem Dynamit einfach den Boden gesprengt. Ja, es war aber witzig. Hä, hat sich aber nicht gelohnt. Äh, bei Lande... Landeplattform einsammeln, das sind wir doch. Um geht das nicht. Kann uns das jemand in den Kommentaren erklären? In den Amentaren? Eine Frage, was macht man, um Dynamit herzustellen? Äh, die geht eine Landeplattform, verschattet, die aus Orbit betraft, die ausgewählt werden kann, die kann Belohnung ist. Ah, ich glaube, ich weiß, äh, was man bauen muss. Was ist? Foto aufnehmen. Hier ist ein Apollo-Mondlandefähre, heißt Text. Schön. Zwei Hartz. Nein, ich bin verwirrt. Hier ist einfach eine Apollo-Mondlandefähre. Hier waren die Menschen. Schön. Nein. Ich hasse Menschen. Das stimmt. Keramik, das macht jeder. Äh, Keramik. Und Hartz. Ich muss dir wieder erzählen, dass eine Erzenefografie verfügbar ist. Du wirst es dir auch einfach nicht merken. Was? Keramik? Ja. Stimmt. Hier ist noch eine Exokiste, Istex. Ja. Ja. Wir kriegen genug Chips in der nächsten Zeit. Nö. Wann willst du nochmal Dynamit bekommen? Äh, wann kommt denn das... Auf welchen Planeten kommt denn das als Exus? Was denn? T.T. Sprich doch. Weiß ich doch nicht, frage ich die ganze Zeit, was braucht man denn da hier? Können wir das nicht abbauen? Denkst du, man kann irgendwo ein Erd finden, was dann automatisch zu Dynamit wird? Ähm. Hm. 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 Hier, ein Sprengpulver herstellen. 3750 Bits hat es gekauft. Was ist das, was wir denn? So, wie macht man Sprengpulver? Guck mal nach. Lieb. Soll ich jetzt auf Google nachgucken? Nein, nach so nie. Äh, ich weiß nicht, wo man das craftet. Chemie-Labor steht sich. Springpulver. Hm. Na, hier, Springpulver. Schwefel, Kohlenstoff und Grundstoff, ja, ja. Äh, Schwefel, die hat man wohl erstmal Schwefel bekommen. Das ist, äh... Ja, 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 ja. Äh, Kohlenstoffe, Kohlenstoffe ist einfach. Äh, mir macht Angst, weil ich mich gerade schief, nur auf den letzten Planeten mäßig. Schwefel, auf dem letzten? Auf Argon? Nur, oder wieder... Ja, äh, Astrox. Glaube ich. Astrox. Nee, auf dem nächsten. Schwefel, echt? Ja, aber ich kann es eh noch nicht auf euch. Ja, das bringt uns doch noch was. Nein, das bringt ja nicht mehr ganz nicht auf uns. Schwefel. Ja. Scheiße. Ja, vielleicht wenn man noch irgendeiner Lande war, es ist ja irgendwo ein Eisenstück. Warte, wie... Oh, warte mal. Ja, doch, wir brauchen... Ja, ich muss ganz egal aussteigen und wieder einsteigen, um einwandern zu fahren. Ah ja, wo mache ich die Brille im Mittleren? Keine Lust mehr, Zink zu fahren. Müssen wir, ich glaube, wir müssen... Wow, das ist ein krasser Trick. Wir müssen was? Müssen wir auf der nächsten, äh... Für die nächste Dings... Was denn? Wie heißt es nochmal? Lern Deutsch. Nein, sag es doch einfach. Wie heißt es denn? Man kann driften beim Buggy, jetzt wird man schneller. Was? Oder driften halt. Ach so. Aber es wirkt dann irgendwie schneller. Boom, 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 boom. Oh, leu. Geht's ja beim Rover? Ja, wenn du mir ein scheiß Loch fährst. Ach. Und wurde auf einmal da abgebremst. Lass mich durch, ich muss raus. Okay, warte. Ich muss raus. Also... Zwei Paletten, zwei Paletten Zink hatst du gesagt. Ja. Was du mit zweimal fahren mit dem Rover hinkriegen könntest. Oder einmal. Oder kriege ich mit, äh... Hätte ich mit zweimal fahren Dings hingekriegt. Zweimal fahren Buggy. Aber ich habe gerade eben keine zweite Zinkhelle gefunden. Übrigens mit dem Rover geht das Griften auch, deswegen bin ich vielleicht in dieser misslichen Lage. Mh, haha. Komm wieder, muss ich leben. Nur wegen meiner Verwinder anladen. Hh, 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 hh. Scheiße, wixer. Du musst es in deine Perinung oder sagst. Du siehst es gemächlich aus wie, äh, wie Zink und das Ammonium sieht aus wie Kryptonit. Guck mal, da ist Karl wieder gerade an, wie wir es sind. Was ja einmal Kryptonit, hier sind? O Ja, ne, ja. Ingwie live? Ja, ja. Da ich schon mal was gegessen. Zimpf. Was zum Kempf? Äh, hier. Ich muss mal Big Bangs hier wieder weiter gucken. Ich bin durch. Äh, also letzter Zeit, also, man muss auch, also bis zu alltemann, dass irgendwie die Bunderschaft, erste Folge nicht so gut wie die anfangs folgen und keine Ahnung so ist noch unterhaltsam aber im Gegensatz zu Anfang langweilig im Gegensatz er ist da doch wieder kleine es ist scheißbar gar nicht fährt ohne dass ich als Ball wieder aussteige ich glaube danach noch ein Zink dann habe ich genug glaube ich die Paletten habe ich leider bekommen weiß gar nicht eigentlich habe ich einen okay das war's ich komme nach Hause aber ich werde mir Prozent wo kann das sein hier Prozent wir haben 30 Minuten wir haben 30 Minuten Prozent als Schaas nur 15 ich weiß ich habe auch eine Uhr April April ich habe keine Uhr ich werde mich hier so unten rechts in OBS angezeigt sie sind nicht in OBS unten rechts was ist das hier hallo guck mal was das hier ist warte warte ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe es gibt mir unsere Belohnungen sicher ach das ist das hier ähm mit dem Schutt und so mit dem Schutt nein ne ist neu was ist äh wie geht das äh du musst dich den Schredder bauen Kupferplatte guckst du gerade auch nach dem Schredder nein warum sollte ich nach dem Schredder gucken das ist das nicht die große Schredder ein Exochip Eisenwolf doch da muss man oben äh warum denkst du das weil das eine andere Plattform ist ich habe mal genau so aus ja ich weiß nicht so da gemischt ich habe gemischt lang gemacht und was wollen die jetzt traden können wir jetzt irgendwas hier Handelsplattform äh was passiert wenn ich jetzt hier drücke was hast du gemacht oh verloren bei 200 egal oh da kann ich jetzt die Quest abholen ne Zeitpunkte für bla 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 ja irgendwo kommt sie zurück ähm als nächstes kommt irgendwie nicht mehr zurück ja aah oh mein Gott bin ich dumm man muss das hier dran machen aah was denn man muss hier dran die die äh fertigen Quest annehmen nicht im Inventar einfach guck mal hier guck mal wir haben ja ich weiß wo stehe RTG ich weiß ich weiß noch ganz kurz ich will äh ich will jetzt sehen was hier ist hallo jetzt Eistex jetzt hast du glaube ich ein bisschen auch schon das hätte ich nicht tun sollen äh Feldunterkunft äh 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 smaller base smaller space smaller space und wo hier wie cool und wo ist der QR-TG äh der habe ich in meinem Rücken zeig mal wie sieht es denn aus so was macht der Strom für den Rucksack das ist ja krank das ist ja krank ach für den Rucksack ne ich glaube du kannst den auch hinstellen äh wir haben noch ein Buggy bekommen und auch einen Rover gut dass wir die gecraftet haben ja ne setz mal ran einmal den QR-TG und guck mal nach ob es sich füllt mach die Batterie weg okay wir sagen so jeder kriegt einen ja hier aber warum hast du zwei warte mach mal Hand mach mal Hand hab ich doch gerade eben schon hier da nice ach du dann jetzt noch du mal dran nein ich bin schon fair zu dir gewesen ja ja bellst nicht zwei jetzt haben wir drei drei Dinger ne dann lass oder wollen wir noch diese Folge gehen wir haben nichts mehr zu tun hier äh wir können den Sauerstoffgenerator mitnehmen äh ja du kannst mir aber noch helfen die äh die Zink in Batterie zu machen mhm weil das halt dauert achso achso craften jep gleich wie braucht man den QR-TG weil man den ganze Zeit Strom verliert Alter wie cool das ist richtig cool und OP das kann man halt jetzt weil ja 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 also er füllt sogar meine Batterie auf aber äh ich hab dir ey das ist meine Batterie ah ne nein wir bauen auch noch ganze Batterien du Mongo ja warte ich nehm mir eine ich hab gesagt eine Tabette bleibt voll nicht zwei ja ok hier nur eine ja warum sind die nicht in deinem Inventar und was die Batterien warum mach ich keinen Platz dafür hast du auch nicht du hast grad auch eine weggelegt nein hast ja eindeutig eingebildet alter der scheiß QR-TG füllt die einfach komplett auf ja ist komplett unfair äh äh hey warte mal das ist kein mittelgroßes Lager mehr in den Dingern die hast du ja rausgemacht in den was aus den ah stimmt die mir rausgemacht brauchen hier ein bisschen Harz die mittelgroßen lagern ja ja warte ich ich ach ich hab kein Herde-Ding ne ich hab kein Herde-Ding ich hab Herde dann mach du das Digga der ist ja mega dumm effizient ist viel zu einfach naja wollen wir den nicht benutzen ich weiß ne für den Sauerstoffmacher ist das halt zum Beispiel ziemlich geil oh das ist genau perfekter Ausgleich halt Alter jetzt kann man ihn auch mal benutzen ja vorher war der komplett useless ey full useless äh im Video äh genau 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 ich hab genug Gerde äh genau aber wissen ich würde gerne die Exo-Chips mitnehmen eigentlich ne echt ja können wir machen ich find die schon ziemlich wichtig ich pack die mag ich pack kurz lager auf äh auf den äh tisch damit ich besser sehe wie viele beiden dort sind so halt einfach damit es übersichtlicher ja ja warte ich stell hier noch ein paar hin ja ich hab auch dein äh mittelgroßes Lager gleich gebaut ich glaube wir werden halt ein paar zu viele Batteries machen so Exo-Chips nehme ich mit äh die Batterie zu viele ist auch nicht stimmt ich hab grad äh äh ne wir können nicht äh halt zu viele mitnehmen weil wir keinen Platz hätten doch ich hab noch ein bisschen Inventar Platz ah ne Exo schon ah ne hab ich schon in meinem Inventar genommen um zu gucken wie viel äh üblich hätten ja der coole RTG ist ja komplett lost äh OP Lost das Ding ist äh auf diesen Kalidor warte äh ich muss mal die Dinger hier abstecken voneinander was hier so da ist die eine Batterie der leer ach so ja ja keine Ahnung kann man hier nicht irgendwie probifahren lassen ja ich sag ich leg hier deine vollen Batterien da drauf was ja mit äh das ist die für den Raketen aber voll damit ich auch direkt Strom haben ach so ja ich lass dir grad befüllen äh ja ich will halt eigentlich noch eine eine Batterie im Inventar haben ja dann hab ich halt eine in den Inventar hä so wir verbielt jetzt hier äh ey warum nehm ich einfach nicht die hier von den vollen und legen da einfach leer hin pack die doch an den Wagen und stört da rein oder so äh malachit ist auf dem nächsten hast du noch Kupfer übrig aha Kupfer ist malachit ja eben hast du noch Kupfer übrig dann können wir daraus äh Solardinger jetzt machen können wir auch dort machen haben wir doch gesagt deswegen nehmen wir auch keine Solardinger mit weil wir die dort machen können warum sollen wir die hier machen wenn wir die nicht mitnehmen sollen ich mach jetzt eine aber dann können wir auch einfach die mitnehmen die wir hier haben hä nein Dynamit kann man aus ach so lass guck mal was ich hab guck mal was ich hab warte warte guck mal yeah yeah Leuchtstäbe äh cool cool okay ey ich muss das alles aufräumen bitte auf ne 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 so ich weiß gar nicht warum ich das machen wollte ja hast du in die Schiffe schon beide 16er achterlinge reingetan? si senor si senor lass in der nächsten Folge fliegen wir haben 15 Minuten ja ja dann lass jetzt noch vorbereiten ich nehm noch kleine Solarmodule mit ähm dann nicht welche kleinen nein 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 lass die an den Wagen ich will dass alles wirklich so bleibt wie es ist so cool okay die kannst du mitnehmen das hier dass wir jemals hier mitkommen herkommen stimmt ah doch zum äh für den Bohrer ja aber ansonsten gut für das hier muss ich mir auch noch erklären das hier würde ich gerne hast du das hier abgeschlossen als er ist egal oder kleines wenig alles was sein was gehen nichts das fällt sie mir auch ab wie er hat die ihre Festschöpfchen ja er war losgeflogen losgezündet ah stimmt stimmt ich würde ich mal ein bisschen gemischte sauerstoffdienst haste in Grafik nicht äh nö aber können wir machen ja ich weiß aber es kostet so also äh weil ein Grafik kann ich herstellen mit meinem anderen Kanister ich hab zwei alles gut äh wegen der sauerstoff äh wegen dem sauerstoffding was denn geh mir mit dem generator mhm ok sauerstoffmacher sorry ach Junge Spaß wäre aber lustig gewesen ja ich hab noch eine Batterie auf dem Rücken äh ich nehm wieder Harz mit anfangen bisschen stimmt ja eigentlich ganz hilfreich äh willst du eine Batterie oder hast du schon eine am Rücken ne ich wollt eine danke so kann wie du mir einfach reinlegst so jetzt mehr kann ich nicht sagen äh können wir auf dem nächsten Planeten Wolf rauchen ja ne ja ja du hast schon mal gefragt aber in den Bergen halt also ist äh bisschen seltener äh dann wollte ich Zink mitnehmen falls wir noch irgendwas mit Zink brauchen ne äh Zink gibt's überall glaub ich na na nein Zink ist auf diesem Planeten und anderem Planeten weil äh Zink kannst du nicht an der RZ Refuge herstellen ja ich weiß deswegen kannst du nicht äh äh nicht überall aufbauen äh ja ja klar auf dem nächsten Weg mehr alles klar soweit ich weiß äh mit mir gelingt so einfach wo es kein Latterit gibt zum Beispiel das war Latterit Kupfer? äh äh Aluminium Aluminium achso das äh das äh das ist überall das ist überall aber wo kann man sich dann in der RZ Fugel herstellen? weil du gay bist aber das wollen wir für die Rakete deswegen gibt's das ja okay ja aber 10 halt nicht ja vielleicht auch Zink weil man was halt die Batterie weil vertreten äh wichtig sind äh Blut am nächsten Mal oh jetzt nicht so ja tu jetzt nicht zu kommen äh gehen wir jetzt noch mal los nicht wegkauen nein nichts erfolge ist ich verheiß na dann lass mir nein lass sagen das ist ein kurzer Volk die Herr wird doch eh übelst übelst äh gedingst ok da kann ja aber hast alle Dinger gescannt hier die ich damals mitgebracht hatte was? ich darf schon warte mal wenn du willst kann ich hier gerade was aus was kommen wir haben noch hier ein bisschen Zeit steht jetzt nicht mehr aber ich mach auch mal die Leuchtstäbe raus haha ok das mach ich gar nicht mal was kannst du durchmachen das erlaub ich dir ja geil ja dann na ich hab keinen Platz mehr ich hab mir gar einen Verpacker gemacht brauchte man viel Zink? ich weiß es nicht mehr nee na nie ich kann mich an nichts erinnern was Zink gebraucht hat ich ne ich nehm trotzdem lieber nochmal einen Zink mit als dieses Ring als ein Kanister ich hab zwei Kanister aber ist gut ja ich denke nach wofür man gezinkt gebraucht hat ne hm ich glaub für ein paar für ein paar Legierungen hast du das gebraucht tatsächlich ah genau ja für sowas halt aber dafür hundert wahrscheinlich nochmal am Ende oder? eh das wollte ich jetzt auch nochmal kurz nachgucken eh ja also was jetzt am Ende aber benötigen werden wir jetzt am Ende so Leute bei mir haben nicht einmal das Chemielaborne gesehen ne ja ach so ja dann lauf nochmal kurz vorbei und guck's dir an bin ich schon bin schon da ok dann komm zur Plattform und dann machen wir Ende warte stopp Gommikunststoff Aluminium Legier Aluminium Legierungen ig egal so Ok komm mit eh ne 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 schon so 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 ich hab hier eine Sache geholt aber jetzt ist offcam jaja offcam nicht aber wenn wir auf einem anderen Planeten sind ja weil das meine ich ja auch mit aufkämpft ja es ist schon klar bei 30 Minuten kommst du ich fliege sogar hoch so stimmt das sei denn okay du hast du zwei ich habe irgendwann einmal zwei Bekommen aber meiner an weniger und das bringt nicht wirklich viel mehr okay guck in meine Richtung hatten wir nicht drei extra Chips ich habe einen haben wir verwendet wofür für das Ding dazu aktivieren vielleicht haben wir die Mini-ATGs bekommen glaube ich ach für die Handelsplattform hast du den scheiß verwendet ne 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 für diese MAT Ding ach so ich glaube dafür haben wir die Mini-ATGs bekommen nein 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 für 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 irgendwas anderes also ja auf jeden Fall haben wir das bekommen da muss man Aluminium hier okay dann halt in die Richtung in die hessische hä ich guck doch in die andere nein du guckst bei mir in die Richtung der Base du musst zielen gucken nein guck ich nicht guck ich guck genau dorthin dann drehe ich mich jetzt in den Kreis dann wird das resettet ja genau du stuckst du hast irgendwie gestuckt oder so okay also also singe sie sehen doch guck der gar zu ja ja okay tschüss ja tschüss 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 7 8